Achtung! Wir setzen Zeichen gegen Rechts für Toleranz und Integration. Erleben Sie die kulturelle Vielfalt Göppingens und lernen Sie die zahlreichen Jugendverbände kennen. Am Samstag, den 9. Juli von 6 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags. Und danach Live-Musik vor dem Rathaus bis in die Nachmittag. Mit Uncaterate, Emmy Rocks, Shoot the Day Down, Explique, Groove Digger und We Are Diamonds. Wir rocken Göppingen. Beim Feeds am 9. Juli mitten in der Göppinger Innenstadt. Kunterbund für Toleranz und Integration. Schön, dass du mit dabei bist.